Unser landwirtschaftlicher Betrieb hat ein Ausmaß von rund 80 Hektar und davon 45 Hektar forstwirtschaftlich genutzte Flächen. Die Schwerpunkte von unserem Familienbetrieb liegen in der Forstwirtschaft, Milchwirtschaft und Geflügelmast. Der Betrieb wird von uns bereits in 10. Generation geführt. Im Jahr 2016 mussten wir unsere alte Stückholzheizung austauschen. Damals haben wir uns für den Puro Wien von Wien Tage entschieden, ein 40 kW Hackgutvergaser. Von der Planung bis zur Umsetzung sind wir mir bestens beraten und begleitet worden. Mit dem Bau unseres Geflügelmaststalls im Jahr 2018 mussten wir uns wieder Gedanken machen, wie wir den Stall beheizen könnten. Im vollen Betrieb befinden sich 4.800 Küken sowie 4.800 Mastgeflügel im Hühnerstall. Für die Geflügelmast, im Speziellen die ersten drei Wochen im Kükenstadion, war es uns besonders wichtig, die optimale Heizlösung zu finden. Da wir mit dem Puro Wien wirklich sehr zufrieden waren, haben wir uns entschlossen, den 40 kW Kessel gegen einen 110 kW Kessel auszutauschen. Mittels einer Fernwärmeleitung werden jetzt das Wohnhaus sowie der Geflügelmaststall beheizt. Ich bin die Cornelia Karner und wir sind sehr zufrieden mit unserem Puro Wien von Wien Tage, so wie mit dem gesamten Wien Tage Team. Mit der Energie von morgen.